Ich brauche viel Money. Ja? Ich hab vorhin jemanden gehandelt, der so Sheeprack war und da hab ich schon echt lange gebraucht. In welche Rechte wollen wir gehen? Ich bin jetzt in Köche. Ich komme. Hinter mir, ja. Ja, keine Chance. Zwei oben drauf. Zwei glaube ich. Ja, lass weg, lass weg. Nein, da ist Christoph. Hau auf, hau auf. Ja, schwierig. Ich spiele gleich Sidewinder, ich freue mich. Wieder da. Schön. Stand über dir. Hey, hier, hier, vor der Rechte. Ist er weak? Nee, gar nicht, gar nicht. Das macht dieses Team. Oh, da liegt ein Armähn. Tot. Ja, ja. Wir sind auch zu zweit. Hier spielt auch die B40. B40. Wie ist das Quack? B50 heißt die, oder? B40, bei mir. Einfach minus 10. Nein. Bei mir ist schlechter. Ich glaube, das ist der Way. Dirok, du kannst dir Waffen kaufen hier. Am Shop. Wir können da hinkommen. Das ist, glaube ich, wirklich strong, wenn man sich einen holt. Nur dort. Oh, die kommt jetzt? 1,30. Ja, habe ich auch eigentlich gelesen. 1,30. Erste Saison 3, ich zukomme wieder. So, ich spiele Sidewinder, glaube ich. Gerade unironisch auch. Das ist krass, dass du das gerade gesagt hast. Das ist wirklich geistkrank. Wir spielen zweite Runde Rank, du sagst, ich spiele Sidewinder. Einfach Sidewinder. Hat einer eine Platte von mir? Was von mir? Für mich? Von dir kann ich eine nehmen, ja. Aber ich selbst kann. Bei uns? Ist die Raid vom... Links auch lauter? Kommt einer mit? Blau? Ja, ich glaube auch. Oh, das kommt dann sofort. Links bei uns weg. Genau. Hinten dran auf der Straße noch. Ja. Musst du kurz pläten. Ich glaube, die landen auf dem, oder? Ja. Ich glaube nicht, oder? Er ist zu laut, er steppt unter mir hier. Oder doch nicht? Lass uns auf die Links hoch. Na? Direkt am Lodi hier bei mir? Ja. Schön. Hinter mir? Es ist viel zu laut, der Proxy. Ich muss den gleich leise oder ausmachen. Da hin. Oh, wichtige Nades. Wichtige Nades. Dinkel da. Ich glaube, die ist krass geworden, die Splittergranate. Äh, in die Richtung City sind hier einige. Über mir? Ich bin jetzt City. Oh, kracher. Dreh sie auf dich? Ah ja. Ist jetzt? Hast du Snipermonie? Nee. Als ob man hier nicht hochkommt. Ich glaube, du musst richtig springen. Danke. Du musst richtig springen. Unter mir? Ah ja. Also, ich werde mir... Also, ich weiß nicht. Mit Art of War-Settings. Ja, ja. Das ist wirklich... Wahrscheinlich Game-Gender hier. Achtung. Ich werde angeschaut von hinten. Ich bin da. Komm mal rein. Er ist hier. Ne, doch. In der Ecke. Weiß nicht, ob die die HMR genervt haben. HMR. Ja, nur Range. Nur Range. Das ist ja wirklich ein Saint. Fühlt sich schon an. Hab wieder Loot? Hab wieder Loot? Jaja, hier ist Loot. Hier ist sogar eine WSB9, glaube ich auch. Ich werde mal an den Mobile Shop. Dann können wir uns eine Muni-Kost holen. Äh, Muni-Kost holen. Hier, äh, hier liegt auch eine WSB9. Muni-Kost. Schon mein Kopf kann sowas nicht. Ich weiß ja nicht, ob Art of War zu krass ist. Weil du hast nur eine große Reichweite, weißt du? Ich glaube... Hast du? Spielst du die? Ja. Achso, okay. Vielleicht hat sich auch wieder was geändert. Wissen wir, wie die Counter-Drohne ist? Ich hätte eine Drohne eigentlich. Oh Gott. Oh, könnt ihr mich noch holen? Ich bin safe. Hab getradet. Nice. Ich lieg hier. Nice. Wird aber angeschaut. Pass auf, oben Treppe, oben Treppe, Digo. Ja, aha. Nee, nee, rechts an mir. Genau, jetzt zu linke. Ich würde eine Muni-Box eben holen. Oder eine Drohne. Ich hole erstmal eine Drohne. Ich hab eine Drohne, warte. Ich mach die an. Ich hab schon auch angemacht. Auch angemacht? Ja, in der Sekunde. Ich hab... Also... Hier ist Muni-Kiste. Ich denke, wie schnell? Zack, zack. Wollen wir die Runden fighten? Ähm... Welche? Da vor dir? Okay. Bin ein bisschen hinter euch. Ich komme mit der Sip. Boah. Das ist ein Schiefbreak. Das ist ein Full-Team. Ich glaube, alles Enten-Skins. Oh ja, da oben einer drauf. Was? Wo? Auf den Eindock. Oh, der war sehr wichtig. Schön. Unten in der Smoke bei mir, glaube ich. Von hinten sniped einer von... Äh, da wo du gerade landest. Ja, ja. Mörser auf uns. Äh, über dir auf'n Dach füllen. Okay. Ich bin jetzt im Haus. Ich brauche gleich eine Dings, eine WSB-Klasse bitte. Die ist so krass. WSB-9, ja? Ja, ja. Ja, das sehe ich gut. Ich werde anwesend draußen noch mal. Bist du auf dem Dach jetzt? Die snipen da die ganze Zeit. Cheap Break, Sidewinder. Da kommt einer. Ja, ja. Ich werde anwesend von links. Ja. Irgendwo. Ja, da. Ich würde, glaube ich, rüber zu dem Haus fliegen, was uns die ganze Zeit nervt. Habe ich einen Nock da drüben? Ja? Wird anwesend von hinten. Hier, hier. Es sind zu viele Live-Marker gerade. Ich weiß nicht, wen ihr gerade meint. Boah, der war hinter mir. Ich geh zum Heli. Ja, da habe ich einen Nock. Eingesniped. Der war auch oben drin hier. Mh? Ja. Ey, geh. Ich auch nicht. Ich habe nichts zu hören. Wir hören keine... Die sprechen alle Sprache. Die sind unten. Die sind unten. Die sind unten. Ich bin einer. Ich bin einer. Ich bin einer. Ich bin einer. Die sind einer. Die werden zusammen campen. Pass auf. Er hat sich... Ist dann seine eigene Scheiße gelaufen einfach. Ekelhaft. Knock? Der war aber nicht alleine. Ja, da werdet ihr gleich weggehen. Ich finde die Pose hier kacke. Ja, die ist da oben. Ja, wo ist da hin? Es ist noch eine Etage unten. Verkauf beendet. Preise angepasst. Die Zone kommt? Mhm. Wir hätten den Heli aber. Hab ihn. Was? Bist du weggerannt? Nicht mit mir! Ja, hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Ja, ja, ja. Cheapwreck. Okay, wegwerfen. Ja, wegen. Hinter uns. Der ist da noch. Der ist da noch. One shot, one shot, one shot. Komplett one shot auf dem Dach. Rock. Die Rock unter dir auch. Nice, schön. Nee, nee. Chris hatte meinen, äh... Der muss genau da sein noch. Ich hab ihn viel Comfort bekommen. Ja, direkt vor uns. Ist hier reingejumpft, Phil? Digga, er ist... Ey, Quacko einfach. Der echte. Entschuldigung. Wollte ich nicht finishen? Ich bin grad wieder... Ich bin grad fast gestorben wegen dem Dolphin Live, ne? Ja, ja. Das wird noch häufiger passieren. Passiert ihr. Bitte sagen wir das jetzt auch passiert. Ich hör jemanden reden. Auch nicht so auf dir, aber auch. Ich bin auch gerade in der krankesten Verfolgungsjagd einfach. Ich mach Dolphin da. Ich bin fast gestorben. Digga, du bist alleine, ne? Versuch mal wieder zurückzukommen. Für Sohn. Ich komm zu... Ich geh ein bisschen Richtung Digga. Irgendwie finde ich, dass die Mates sich mehr krass, wie die Gegner anhören. Ich muss immer wieder kontrollieren, gucken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab's von rechts angeguckt. Rechts halt auch noch, ja, ja. Ich hab's von links angeschaut, das ist von dir. Vor uns gelandet. Im Graben. Hier oben zwei Leute. Einer Sheeprake. Ja, ja, ja. Guter Take. Guter Take einfach. Guter Take. Guter Take. Wir können... Ah, wir gehen nicht drüber, oder? Wir müssen eh in die Zone kommen. Ja, ja. Hier hat sie eine hochgesippt, glaub ich. So, und, so, und. Noch? Ja. Sheeprake. Vor dir D-Rock. Sheeprake. Ich guck kurz hinter uns, ne? Ja, die Kossen, Alter. Ich denke, sie sind vor uns. Im Smoke. Ich bin in der Smoke. Alles ist im dichten Nebel gehüllt. Akimbo kauf. Ja, wir kommen hinter uns, oder? Ja, wir kommen hinter uns, oder? Er ist weg. Preci, Preci, passt auf. Wollt ihr den finischen? Wollt ihr den finischen hier? Er hat safe revive. Nein, ich bin noch. Ich werde mich saugen. Ja, hopp, hopp, hopp. Ich hab deinen bei, ich hab deinen bei. Oh, worst case. Komm genau dann hoch. Ich werde von links angeguckt, die Rock hier in der Borg. Ja. Ich bin dabei. Die werden von denen hier gefeitert. Ah ja, ich seh'n, okay. Der ist auch noch Saunens. Unten, der ist nicht nur oben, hier. Mhm. Und hier drin halt, ne? Ja, ja, ja. Bret's hier auf uns, bret's hier auf uns. Die sind halt zu dritt da oben drauf. Ja. Die sind zu dritt drin bei mir, ne? Also ich hab, also wenn die rausgehen, hab ich ein, hab ich mindestens ein, sag ich. Aber ich kann da jetzt nicht mit dir rein. Ja. Schau von der Kipp auf den Worten, bitte. Moin viel. Ich bin der Watchhot, ich bedroht. Von hinten, von hinten. Sind so dritt hier drin. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann. Also ich bin, ich bin der Watchhot von hinten. Ja. Die hätten wir, glaub ich, dingsen müssen. Focusten müssen. Das waren so drei Freakles, die waren so Chat da drin. Ihr habt da einen weiten Weg vor euch. Die dürfen wir da nicht rauskommen lassen. Ihr hättet bei, bei zusammenlegen. Ja. Hier. Ich muss sich platen. Hier. Achtung. Ich hör sie noch, ich hör sie noch. Oh, das ist wieder die Rock, den ich falsch höre. Die sind da oben? Ich bleib kurz in der Luft. Das sind drei Leute, passt auf. Schön. Tot. Da ist aber noch was. Ein einziger ist da noch. Autosong gerade. Auf mich klatscht jetzt was, glaub ich. Guter Marker, guter Marker. Oh mein Gott. Ups. Ich glaub er hat safe. Ja. Ich find es schön. Nice. Schön. Drei gegen zwei, drei gegen zwei. Die sind unten wahrscheinlich. Oder? Ja, ich seh einen hier. Okay. Eine noch. Nicht, nicht finischen Jungs. Jetzt, jetzt können wir die easy Dingsen. Okay. Ich hab, äh. Den linken hab ich angeschlossen schon. Rechten, ich auch. Jetzt können wir hier. Fieler? Ja, ja. Ich glaub schon. Nice. Good shit. Schön. GG's. Ich will jetzt ja nicht weinen. Also ich weiß nicht. Also irgendwie war die auch krass. Weil du spielst nicht diese Long Range Fights. Ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Also irgendwie, also der eine wirklich gerade war insane, Bro. Ich spiel dir noch ne Runde. Hast du dir mit dem Umbau Kit gespielt? Nee, nee. Also das bringt, finde ich nichts. Weil du ja lange schießen musst, damit du schneller schießt. Weißt du? Aber ich spiel's jetzt einmal mit dem Umbau Kit. Ich probier's einfach aus. Einfach so irgendwie. Bro. Einfach Sidewinder. Glaub ich. Sidewinder. Na ja. Dann schön viele Ziele da draußen. GG's.